Oder wisst ihr was? Bevor wir jetzt aufhören, würde ich sagen, ich lese das einfach mal für euch vor. Ich meine, alle, die keinen Bock haben, das zu hören, die können ja einfach mal sagen, ja nö, ich beende jetzt die Folge. Also gut, alle, die noch dranbleiben und wissen wollen, was hier drin steht, die bleiben dran. Galerion, der Mystiker von Askrim Kolzregel. Den frühen, blutigen Jahren der zweiten Ära wurde Vanos Galerion unter dem Namen Trechtus als Leibeigner auf dem Anwesen eines niederen Edelmannes namens Fürst Gürnasse von Solicin on Ker geboren. Trechtus, Vater und Mutter waren gewöhnliche Arbeiter, aber sein Vater hatte heimlich entgegen den Bestimmungen von Fürst Gürnasse erst sich und dann Trechtus das Leben gelehrt, äh das Lesen gelehrt. Fürst Gürnasse war gesagt worden, dass des Lebens und Schreibens kündige Leibeigne eine Verirrung der Natur und gefährlich für sich selbst und für ihre Fürsten seien. Das heißt, wenn die Lesen und Schreiben lernen, sind sie gefährlich für die Fürsten, weil die können einen tödlichen Brief schreiben. Keine Ahnung, warum das so gefährlich sein soll. Deshalb ließ er alle Bücherstände innerhalb von Solicin und Ker schließen. Alle Buchhändler, Poeten und Lehrer waren verboten. Es sei denn, sie standen ausschließlich im Dienst von Gürnasse selbst. Trotzdem hielt eine kleine Schmugglergruppe direkt unter der Gürnasse Nase eine Anzahl von Büchern und Schriftrollen im Umlauf. Als Trechtus acht Jahre alt war, wurden die Schmuggler gefunden und eingekerkert. Einige behaupteten, dass Trechtus Mutter, eine ignorante und religiöse Frau, die sich vor ihrem Gatten fürchtete, die Schmuggler verraten hätte. Aber es gab auch andere Gerüchte. Die Schmuggler wurden ohne Verhandlung rasch bestraft. Die Leiche von Trechtus' gehängtem Vater baumelte während des heißesten Sommers, den Solicin und Kerr je gesehen hatte, wochenlang im Wind. Drei Monate später floh Trechtus von Fürst Gürnasses Anwesen. Er schlug sich quer über die Insel Somerset bis nach Alinoa durch. Eine Gruppe von Trubadoren fand ihn schließlich halbtot zusammengerollt in einem Straßengraben, päppelten ihn wieder auf und beschäftigten ihn als Laufburschen im Gegenzug für Brot und Obdach. Einer der Trubadoren, ein Wahrsager namens Heliant, begann Trechtus Verstand zu testen. Er fand heraus, dass er obwohl schüchtern, doch außergewöhnlich intelligent und seinen Umständen entsprechend kultiviert war. Heliant erkannte in dem Jungen Parallelen zu sich selbst, denn er war auf der Insel Ataeum als Mystiker ausgebildet worden. Als die Truppe in Pontanza, einem Dorf an der Ostküste von Somerset auftrat, brachte Heliant den nun elfjährigen Trechtus zur Insel Ataeum. Lachesis, der Magister der Insel, erkannte Trechtus' Potential, nahm ihn als Schüler auf und gab ihm den Namen Vanus Galerion. Auf der Insel Ataeum trainierte Vanus sowohl seinen Verstand als auch seinen Körper. Somit wurde der erste Erzmagier der Magier-Gilde ausgebildet. Von Psychik der Insel Ataeum erhielt er seine Ausbildung und von der Not und Ungerechtigkeit seiner Kindheit erhielt seine Philosophie, Wissen zu teilen. Was hat das jetzt mit dem Stein zu tun? Geile Sache, einfach geile Sache. Ja, auf jeden Fall Ataeum ist die Insel der Psychiks, die kennen wir auch aus Skyrim. Die Zusammenhänge sind ganz cool. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt wirklich bis morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Und dann geht's. Und dann geht's.